ein stein liegt irgendwo auf einer Abbruchhalde so vor sich hin hat nicht viel im Sinn da kommt auf einmal ein Mensch daher hebt ihn auf denn er ist gar nicht so schwer der Stein sich nun befindet in seinen Händen wird von allen Seiten angeschaut der Finder seinen Augen nicht traut er hat gute Strukturen denn die Zeit hat ihn geformt und hat hinterlassen seine Spuren wird nun eingesteckt er soll erfüllen seinen Zweck wird hier und da herausgeputzt damit er nach langer Zeit wieder lachen kann ist nun zu das geworden wozu er schon immer war bestimmt ist nun Kunstobjekt damit er erfüllen kann einen guten Zweck wird sichtbar wird bestaunt bekommt hier und da ein Lächeln geschenkt wer hätte das gedacht was eine Abbruchhalde so ausmacht macht